Musik Musik So So Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wieder findest. Schauen wir mal. Wie viel brauche ich denn? Fünf Stück. Musik 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 der Pöstler Sp worrying Musik Musik Es ist nur so. Die willst du gar nicht haben. Ah, scheiße. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Rekrutieren. Rückzug. Level gewonnen. Wir haben ihn rekrutiert. 5000 CP auf unserem Konto. Schließen. Wie du befehlst, heller Herrscher. So. Gut. Das waren sämtliche Punkte. Jetzt sollten wir. Warte mal. Hier vorne fehlt ja noch einer. Genau. Der fehlt noch. Den holen wir uns jetzt. Chanel Reise. Du warst kein schlechter Anführer. Aber dieses ganze verkappte Anführer-Ding. Übernehme jetzt ich. Ach, verpiss dich. Du bist. 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 Und Tagumigor. Hier müssen wir die Bogenschützen töten. Das dürfte kein Problem werden. Das kriegen wir hin. Die Bogenschützen werden nicht lange helfen, Ork. Schauen wir mal. Wieso komm ich nach der nicht dran? Ja, nicht mehr so. Würden wir die könnte. Aber wir haben immer wieder gekämpft. Zumal erst ging der builds. Verpasst. Ja, stimmt. Ja! 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 Vielleicht hier jemand herum? Mhm. So, was haben wir denn hier noch? Hurra! 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 Der Flammentreiber, der ist da! Dass es nicht ein bisschen heiß wird auf dem Kopf da. Aber gut, von mir aus. Ich versteck mich nicht, ich lauf hier frei rum. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Oh! Ah! 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 Ah, ah! 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 Ach! Ah! So, jetzt kommt Schkot, der Liebende. Oh, schon wieder ein Wilder. Das ist ein Wilder. Was hab ich denn Bock? Hm. Das scheint nach Blutrache. Äh, langweiler. Oh, ja. Jetzt steckst du ihn in Schwierigkeiten! Das wird mir nicht wehtun! Ich stotze dich! Ich hab dich fast! Das war's für heute. Tschö! Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, ganz kurz, wir müssen mal gerade schauen, wir haben auf dem Charakter wieder ein bisschen Zeug und wir haben auch im Inventar wieder was, da gehen wir jetzt als erstes mal hin. So, was haben wir denn hier? Fernkampf. Ähm, danke. Explodierender Pfeil, ohne die Schandlung explodieren zu lassen. Äh, Dolche, pff, Dolche so, wirr, Eissturm. Halt. Okay, um alle Feinde im Bereich vor dir einzufrieren, das ist natürlich, äh, Eichsturm-Todestil für eine kritische Treffe und Eichsturm-Todestil für ein Ziel, was panisch in die Flucht treibt. Ne, wir nehmen das erste, das benutzen wir in letzter Zeit ja ziemlich häufig. Und im Inventar haben wir ein neues Schwert, aber das ist Pipifax, glaube ich, obwohl. Töte einen brennenden Feind. Und im griechischen Treffer zu verbrennen. Äh, ganz ehrlich. Töte einen entzündeten Hauber mit einer Fernkampfwaffe. Verbesserung 100. Ja, 100 haben wir locker. Ja, super, 196. Äh, finde ich mal wieder dazugewonnen, aber Eldenboot dauert das Schild pro Fernkampf und 8 Fokus wieder her. So kommen wir frieren Feinde in der Nähe ein. Äh, pff, 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 pff. Wir nehmen mal den hier. So, warte mal, das haben wir an, das haben wir nicht an, machen wir klein. Können wir auch verbessern. Hört sich doch gut an. Töte einen brennenden Feind. Na ja, gut. So. Das heißt, wir gehen jetzt zu unserem Questi-Pesti hier. Wir müssen nach Minas Morgul zurück und in Erfahrung bringen, was der Hexenkönig geschaffen hat. So. 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 So, dann wollen wir doch mal gucken. Der Turm der Zauberei. Die Stadt ist verloren und der Hexenkönig kontrolliert den Palantir. Sieh dir das einmal näher an. Naja, dann schauen wir mal näher. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier kämpfen müssen. So, wie er gegen Kalafin ist oder so. Jetzt Minas Morgul. Einer der Ringgeister floh hierher, nachdem wir ihn aus Kankras Höhle jagten. Um sich die Wunden zu lecken. Wir haben ihn nur verscheucht. Sei auf der Hut. Deine Fähigkeit, Nazgul aufzuspüren. Eine weitere Gabe Galadriels? Eine Gabe. So kann man es auch sehen. Wir suchen den Palantir. Ja, das ist alles, was zählt. Da, der Tag! Da müssen wir uns den Weg freikämpfen. In der Stadt wimmelt es von Orgs. Lieber töte ich Sie einfach. Wimmel! Wimmel! Sie müssen kein Hindernis darstellen. Wir können sie zu unseren Zwecken nutzen. Das mit den Beherrschen habe ich immer noch nicht so ganz gerallt. Die Neuen werden alles tun, um diesen Ring zu erlangen. Dieser Ring ist nicht ihre Erlösung. Er ist ihr Untergang. Man sagt, wer sich um seine Klinge kümmert, wird in der Nord nie allein sein. Geh nicht zu weit fort. Wir sollten nicht getrennt werden. Ich verstehe das nicht. Ich halte B gedrückt, um Orgs zu beherrschen. Wir wissen nicht, wie viele Neufgul da draußen sind. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Es geht ja nicht über frische Luft, um den Kropfen zu erlangen. Ob das Menschen, der vor glaubt, es hätte eine Chance. Das hört... Wo willst du hin? Wir sollten zusammenbleiben. Ich spüre einen leichten Windhau. Die Ringgeister können nicht besiegt werden. Sie kommen immer wieder zurück. Und doch gibst du nicht auf. Nein. Niemals. So macht es viel mehr Spaß. Es braucht ein Wind, der uns zufrieden. Denn die Houses, die in der Wäsche zu sein. Zeitläufer, bleib an meiner Seite. Ich kenne den Weg. Ich rieche etwas. Ich werde dich finden. Von Gott. vor allem, ich mache den Weg. Ich werde dich finden. Vielen Dank.